Herzlich willkommen! Im Namen von Costa-Rosparten möchte ich mich bedanken, dass Sie wieder mit uns bereit sind. Wir hoffen, Sie haben eine afsneite Großpartner an Bord unserer Costa und hoffen, Sie noch auf dem Bord auf eine unsere Archive Big Rosen zu hoffen. Vielen Dank und guten Abend! Danke schön!